Das ist schwer, also bis jetzt noch nicht, weil viel gleich ist, wie in Deutschland, aber ist ja noch nicht zu Ende. Ich hatte auch schon heute früh gesagt, dass wir diese Diskussion schon vor 27 Jahren hatten, mit diesen Entmündigungen weg und so. Sehr gut ist der Austausch mit den verschiedenen Ländern, also zu sprechen mit Franzosen und den Luxemburgern und so, ist sehr interessant. So, Heike says, at first it's good to have this exchange of experience with people here, with French colleagues, Luxemburg colleagues, Katalans, Spanish, Slovakia. But to have an idea, we had this discussion 27 years ago, to skip to guardianship. Yeah, and we don't use plastic cups for coffee, you know. Yeah, okay, this is my opinion. So, it's not so much influence till now, but we still have time till Friday to collect some ideas or be inspired. So, thank you very much. 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 Vielen Dank.